So, hier ist DL7, BAC, natürlich falsch, OE5, Charlie Bravo Mike, jetzt ist es das endgültige Video meines Fahrrads, gerade höre ich jetzt OE2 XBB, das Relais, aber das machen wir jetzt aus, das ist der Navi, vielleicht kann man was erkennen, so, ja, da ist ein Blinker, können wir mal schauen, rechts, da blinkt er, und jetzt links, blinkt er in der Mitte aus, haben wir alles, die Antenne haben wir auch fürs Funkgerät, machen wir mal hier das Taschel auf, schalten mal das, den MP3 Player ein, na, dann schalten wir mal ein. Na ja, da kann man schauen, da ist er, so, das ist für eigentlich alles, da noch mein gutes Computer, Klingeln müssen wir auch haben, hier unten, schaut, das ist ja nun, das wisst ihr ja schon von dem vorigen Video, meine Lichtmaschine, und auf der anderen Seite, hier ist der Blinker, so, ja, und jetzt machen wir mal schön, mal das aus, schalten wir mal aus, so, bye, bye, und jetzt, wenn man doch mal, wenn man ein Böswicht, mein Fahrrad stehlen will, und fest mein Lenker an, ach, das muss ich ja erst aktivieren, das wollt ihr ja nie gleich, das wollt ihr ja nie gleich, äh, verschärft, ähm, ja, ach hei, das muss ich ja erst aktivieren, so, jetzt schalte ich wieder aus, da, aus, kommt der Böswicht, mal fest mein Fahrrad an, will wegfahren, na, was passiert, so, na, wenn das nichts ist, ja, das war's dann so alles, jetzt bin ich ausgelastet, jetzt gieße ich mir erst mal ein schönes Franziskaner Reisbier ein, das ist halt mir jetzt verdient, nochmal, eine Komplettaufnahme, au, jetzt bin ich ja mit meinem Kopf an die Schräge gekommen, ist ja ein bisschen alles verwackelt, aber, wie gesagt, wenn mein keinen Helfer hat, dann ist es halt so, Servus, fiert euch, Servus, tschüss, 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 tsch